So meine Lieben, dann lassen Sie uns auch direkt in den heutigen Newsletter rein starten. Und zwar beginnen wir ganz zu Beginn mit einem kurzen Marktupdate. Danach geht es weiter mit ein paar nennenswerten News, einem Update, was Miss Money angeht, dem Zitat der Woche, Meme der Woche, Tweet der Woche, den wichtigsten Deadlines. Und wenn man gilt, alles hat mein Portfolio, teile ich nur meinem Newsletter. Falls du auf diese Teile ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach ein Gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt. Dann lassen Sie uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Und zwar hat Bitcoin jetzt rein preislich gesehen das höchste Level seit Juli erreicht. Und in wenigen Tagen ist es auch rein statistisch die längste Seitwärtsphase in einem Harminger. Jetzt der vermutete Grund für den Pump ist tatsächlich das Wahlergebnis, beziehungsweise hier die Wahrscheinlichkeiten auf Polymarket, wo du hier siehst, dass Trump mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 59 Prozent ziemlich die Überhand hat im Vergleich zu der Zeit Harris mit ungefähr 41 Prozent. Jetzt während ich diesen Newsletter geschrieben habe und jetzt auch während der Aufnahme, steht Bitcoin derzeit preislich noch bei um die 67.000. Also ganz kurz vor einem potenziellen Ausbruch, wie du das auch hier beispielsweise erkennen kannst. Und jetzt wird es spannend, wie es hier tatsächlich weitergeht. Auch wenn du dir mal die Bitcoin-Dominanz anschaust, dann erkennst du auch da, dass wir ein neues Zyklus hochgesetzt haben. Allerdings auf dem Weg nach oben, also von hier bis zum neuen All-Time-High, da muss Bitcoin zunächst noch einige Widerstände überwinden. Und da wird es spannend, ob wir das tatsächlich jetzt bekommen oder ob wir eine Rejection bekommen und auch hier etwas tiefer gehen. Das Fundament für den Bullrun ist aus meiner Sicht allerdings schon längst gelegt. Und selbst wenn wir tatsächlich noch ein Hardlanding sehen, was definitiv eine Wahrscheinlichkeit ist, dann tut es aus meiner Sicht einfach nur das Ganze etwas herauszögern, allerdings nicht irgendwie stoppen oder aufhalten. Denn schon allein, was beispielsweise die institutionelle Adaption angeht, dass die immer mehr zunehmen, die globale Liquidität, die ebenfalls am Zunehmen ist, das illiquide Angebot von Bitcoin, was ebenfalls anstehend ist, dass wir jetzt eine lange Konsolidierungsphase hatten, auch mit der, ich sag mal, Panikphase, mit diesem Japan-Yentrade und so weiter. Danach das Bitcoin-Angebot auf den Kaufbörsen, was immer mehr abnehmend ist und auch gleichzeitig, dass das Interesse von Retail-Investoren relativ gering ist. Also alles Faktoren, die aus meiner Sicht eigentlich ein relativ solides Fundament für den kommenden Bullrun darstellen. Und auch die Anzahl der aktiven Adressen, die Anzahl der Transaktionen, die Anzahl der Stable-Coin-Transfers und die Anzahl der Tokenhalter befinden sich derzeit über dem 95. Perzentil, was im Wesentlichen bedeutet, dass in 95% der Marktphasen tatsächlich die Aktivität geringer ist als derzeit. Also dass wir derzeit schon in den Top 5% sind. Hier siehst du das Ganze auch nochmal bildlich dargestellt mit den konkreten Zahlen und auch den jeweiligen Kategorien. Was ich persönlich allerdings noch interessanter fand, ist hier die Anzahl der täglichen aktiven Adressen. Und zwar, wenn du dir dazu mal dieses Chart entsprechend anschaust, wo du hier im Blau bzw. Blau-Grün dargestellt die täglichen aktiven Adressen siehst, das Market Cap der Smart Contract Chains, dann fällt dir im Wesentlichen auf, dass die Anzahl der aktiven Adressen selbst im Bärmarkt hier leicht angestiegen ist und selbst jetzt hier in dieser Konsolidierungsphase immer mehr im Ansteigen ist. Das heißt, die Adoption von Krypto, gerade was diese Smart Contract Chains angeht, also beispielsweise Ethereum, Solana und so weiter, dass das momentan immer mehr voranschreitet, völlig unabhängig davon, was der Preis entsprechend macht. Was mich allerdings nach wie vor stützig macht, ist die Tatsache, dass normalerweise der Ausbruch im Kryptomarkt ankommt, wenn niemand mehr wartet. Aber wenn du jetzt mal in den letzten 1, 2, 3 Wochen auf Krypto-Töte geschaut hast, also da geht leider jeder davon aus, dass wir tatsächlich jetzt demnächst den Ausbruch sehen. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, denn wenn wir uns allein mal hier den Lead von der globalen Geldmenge anschauen, den du hier in Base dargestellt siehst, dann erkennst du, dass die globale Geldmenge jetzt eigentlich in den nächsten paar Wochen immer mehr ansteigen sollte und das Krypto eventuell der globalen Geldmenge hier folgen könnte. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es in aller Regel einen Timelag gibt zwischen Bitcoin und der globalen Geldmenge, dass in aller Regel zunächst die globale Geldmenge nach oben geht und dann so ungefähr 8 bis 10 Wochen später dann auch Bitcoin. Jetzt laut Bitwise, einem Vermögensverwalter mit ungefähr 4,5 Milliarden Assets seiner Management, sind derzeit die vier größten kommenden Katalysatoren. Erstens die US-Wahlen und der regulatorische Fortschritt, wo auch viele davon ausgehen, dass derzeit der Preis primär deshalb gepumpt ist, weil relativ viele darauf wenden, dass Trump tatsächlich der nächste Präsident wird. Zweitens die Zinskürzung und der wahrscheinlich jetzt bald anfangende wirtschaftliche Stimulus, der historisch betrachtet damit meistens sein Haging, dann die Beschleunigung der ETF-Zuflüsse, genauso auch wie Killer-Apps und neue Launches. Den dazugehörigen Bericht habe ich dir auch hier verlinkt, der aus meiner Sicht auch definitiv lesenswert ist. Da findest du nochmal zahlreiche Charts, gerade zur Entwicklung von Krypto und auch im Allgemeinen der Adoption von Krypto, wie die momentan immer mehr voranschreitet. Jetzt sollte tatsächlich der Ausbruch bei Bitcoin gelingen, dann sollte Bitcoin zumindest laut den Magic Bands jetzt in Preisen laufen von um die 96.000 Dollar, bevor es eine größere Zwischenkorrektur gibt und es danach noch höher geht. Und das Zyklus-Top derzeit, zumindest laut den Magic Bands, steht bei ungefähr 130.000 Dollar. Wobei man auch dazu sagen muss, dass mit zu nennen Preisen auch die Bänder immer weiter nach oben verschoben werden. Das heißt, wenn dann mal jetzt der Preis auf 100.000 ist, kann es gut sein, dass hier das Zyklus-Top hier bei diesem Magic Bands schon bei 140.000 steht, 150.000 oder noch höher. Denn jetzt noch ein paar nennenswerte News, und zwar ist BASE nun offiziell die größte Leitwut-Chain-Offizierung, und zwar das TWL allein im letzten Monat um um die 60% zugenommen, und damit hat auch BASE arbitrum endlich geflippt. Zusätzlich gab es die News, dass das deutsche Unternehmen Samara AG für ungefähr 30 Millionen Euro Anleihen ausgegeben hat, um Bitcoin zu kaufen. Und das ist damit der erste deutsche Nachahmer von Michael Strategy. Gleichzeitig war auch gestern der Launch von Trumps World Liberty Financial Token, der jetzt live ist, und anscheinend war der Ansturm wohl so groß, dass die Webseite teilweise down war. Ich persönlich wollte mir das ebenfalls anschauen, habe allerdings nicht gesehen, weil die selber wohl überlastet waren durch so viele Leute, die entscheiden diesen, viele bezeichnen das als Shitcoin. Ich persönlich habe mich mit dem noch nicht wirklich auseinandergesetzt, was der wirklich kann, aber ja, um diesen Token entsprechend zu kaufen oder zumindest mal vorbeizuschauen. Und noch der letzte Punkt, dass das Suchvolumen nach Bitcoin in diesem Monat bereits ein neues Jahrestief gesetzt hat, was im Wesentlichen einfach nochmal zeigt, wie gering das Interesse vom Retailmarkt tatsächlich ist. Da kommen wir jetzt zu einem Update, was Swissman hier angeht. Und zwar hat Swissman im Mitte Juli verkündet, dass sie den Serviceanbieter für die Kreditkarten, Bankkonten und Geldtransfers bis zum Herbst wechseln wollen. Das war zumindest damals die Mail, dass sie das ja bis zum Herbst entsprechend machen wollen. Mittlerweile ist allerdings bereits Mitte Oktober und es gibt meines Wissens nach noch keinerlei Neuigkeiten diesbezüglich. Und ja, der bereits bezahlte Service funktioniert nach wie vor nicht. Auch auf Social Media ist derzeit absolute Funkstelle. Von daher würde ich persönlich jetzt vorerst mal von diesem Service die Finger lassen. Also da nicht irgendwie extra Geld nochmal draufschicken oder sonst irgendwie was machen, bevor sich das nicht entsprechend ändert und der Service entsprechend wieder tut. Und sollte sich da irgendwas ändern, dann gebe ich dir auch hier entsprechend Bescheid. In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio. Genauso auch wie das Zitat der Woche, das Meme der Woche, der Tweet der Woche. Falls sich diese Parts ebenfalls interessieren, dann einfach um ein Gratis Eintrang, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt. Das gleiche geht auch hier für diesen letzten Part, wo ich im Wesentlichen darauf eingehe, was für ein Riesenglück wir tatsächlich als Leute aus dem Dachraum haben und ja, was es genau mit unserem Reisepass auf sich hat. Eintrang 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 Vielen Dank.